Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier von Kieferst. So, spielen wir Gruppenkeile. Wir werden ein paar Punkte machen und wenn ich gerade keine Lust habe, oder zeitlich das gerade kein Dings macht, ein bisschen eng wird, dann beende ich das Video, machen wir es mal so. Also, ich hoffe, ihr hört mich natürlich und ihr... Ach man, jetzt bin ich ein bisschen raus, das ist ein Konzept, die Banane hat mich wieder rausgebracht. Ich hoffe, dass der Fehler von gestern nicht nochmal kommt. Also, ich verstehe es nicht, wie das passieren konnte. Ich versuche es jetzt nochmal. Ich hoffe, dass es einfach nur einmalig war, weil gestern war es wirklich ein ganz komisches Ding. Töne gibt es jetzt auch mal wieder, wow. Ich möchte halt die Aufgabe richtig machen, ja. Sonst, ja, nur halt Bogen holen und dann ein paar bisschen Schaden ziehen. Das Übliche ist ja nicht mal das Problem. Ich denke mal, wie man so bis... Man muss gucken, bis 50, also 13 Minuten jetzt mal ein Video. Wenn es um 50 ist, dann beendet es, wenn wir da noch nicht fertig sind. So ist jetzt mal der Plan. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich die Modus dann fertig spiele, sondern... Es macht auch zeitlich... Zeitlich ist es viel besser, wenn ich es dann so mache, weil sonst kann ich mir ein Konzept legen. Ich muss auch ein bisschen auf Bildung achten und die brauche ich. Die braucht jeder von uns, oder hat sie jeder gebraucht? Beim einen mehr, beim anderen weniger. Ich habe jetzt mal schön genüsslich gerade eben was zu Hause gegessen. Mal lecker. Leckeres Wurst alert. Ich möchte Bogen. Gib mir Bogen. Gib mir de Bogen. De Bogen. De Bogen. Come on, man. Come on, man. Ich brauche mein Bogen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Komm, trinke ich da noch ein bisschen was. Dann kriege ich auch noch... Kann ich ein paar Aufgaben mitmachen. Kann mir eh nichts bringen, aber... Punkte. Und Punkte bringen jetzt. Ja. Das habe ich gerade so gesagt. Hm. Jetzt muss das noch mehr sind. Kommt schon ein Bogen. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ja, der kann auch noch so. Wenn wir jetzt den Bogen, ja. Ja, nice, Alter. Jetzt brauche ich nur noch Granaten. Oh, na, Schockwelle ging es mal nicht. Granaten werden jetzt auch toll. Weil der Bogen, der ist ultra-op. Für die Aufgabe zumindest. Also, lasst euch alles sagen. Habt ihr den Bogen. Dann seid ihr richtig. Boah, boah. Ich gehe mal hier so rein. Es hat auch wirklich Sinn gemacht, hier reinzugehen. Runter. Scheinbar muss unten hier irgendwas sein. Oder auch nicht. Hey. Sag mal. Der muss auch wirklich mit abknallen. Weißt du, man sieht mich halt auf der Map und so. Aber nee. Tut man dann doch wieder nicht. Ja, ist immer gut. Ich will jetzt nur... ...eine Granaten. Das sind keine Granaten. Genau. Ist da unten. Auch. Oh, ich hasse. Was soll ich denn hier Punkte ziehen? Wie viel haben wir? Äh, noch 10 Minuten. Alles gut. Ich meine, mir geht es jetzt auch nicht um den Sieg oder so. Also, mir geht es halt wirklich jetzt nur darum. Halleluja. Es sind halt jetzt nur drei, okay. Es geht mir halt wirklich nur darum, äh... ...ein paar Punkte zu machen. Ich meine, ich kann es auch bis 11 ziehen, wenn ich wirklich Lust... Äh, Lust vor allem... ...wenn ich es wirklich drauf ankommen lassen möchte. Aber bei mir ist halt 50 besser. Dann haben wir so knapp 10 Minuten. 2... ...lambus. Für... ...das bin ich wieder aus dem Konzept gebracht worden. Haha. Meine Bananen. Komm schon, Granaten. Ey. Ist schon ein bisschen... ...na, okay. So. Schnell hier durchrushen. Hoch, 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 hoch. Hast du Granaten? Nein, hast du nicht. Dann weiter hoch, hoch. Ich spiele das natürlich wie immer und control. Ja, man hat wirklich so ein bisschen... ...also... ...nicht mal so krass, aber man hat eben... ...drehen, also das merke ich auch. Kann ich nicht rausmachen, der ist... ...einfach drin. Und so, dann will ich den rausmachen. Ich meine... ...tja... ...für mich persönlich ein schlecht. Das verbessert halt meine Leistung. Was einerseits gut ist, der andereseits... ...all... ...anderseits... ...andererseits... ...nicht so gut. Granate... ...komm. Kann ich mich noch... ...oh ja. Gibt es hier noch Granaten? Nein. ...irgendwo hier noch Granaten rumliegen. Äh... ...äh... 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 ...äh, dann muss ich das jetzt so akzeptieren. Ich sag grad auf vorne, Werner, aber nein, nein. Ah, kriegen... ...ah, da können... ...ah, Mann! Das ist nicht so lustig. Und so cool, ich will meine Granate... ...hau, Mann! So, der Bogen-Bogen ist richtig. Ich sag Bogen-Bogen dazu, ich weiß nicht mal, ob's richtig ist, also... ...ir wisst schon, was ich meine. Mein Bogen-Bogen und Granate, ähm... ...da bleib... ...da bleibt nicht viel... ...tschön, auch geil... ...für, äh... ...überlegen im Übrich. Wer kommt da? Es ist der? Ja, Bumbo. Okay. Habt, hat er recht. Ihr könnt mir nichts. Oho. Jetzt möchte ich ein paar Kills zielen. Natürlich nicht. Nicht ein einzig... Ich... ...oder doch. Ich bin mir nicht sicher. Also, das ist... ...ja... ...die ist nur so gut. Genau das will ich. Ja. Oh, und es gibt richtig Punkte. Ey. Woher denn? Woher denn? Woher denn? Hä? Okay, da oben ist es auch. Hm. Ey. Ich kann nur anders, wenn ich möchte. Nur so nebenbei. Das freundliche Ansage. Das freundliche Ansage. Kommt schon. Wir haben schon... Ja, wir haben schon gut. Wir sind vier Minuten jung, Alter. Da rast die Zeit. Ja. Ui. Aber jetzt machen wir... Äh. Schon gut. Und... Äh. Ich mein... Na doch. Also. So. Marcel hat auch richtig krass... Äh. Kommt mit dem Bogen klar. Also. Alles. Äh. Okay. Hat er. Na come on Können die ich wenigstens Alter Na come on Oh ja, das wird super Das gibt richtig Punkte Ja Sauber Ah ja, funktioniert echt Ich habe mir selbst gezeigt, wie man das schafft zu switchen ohne Dingsens hier Kriege ich hier wenigstens Pfeile, da nicht Und da Idee Das hat nichts Da hinten Oh Gott, ich dachte gerade Wenn die einfach random gespawnt Das waren nur Pfeile Nur Pfeile Ich habe mich trotzdem noch ein bisschen erwischt Haha Come on Ich brauche jetzt echt Kisten Kisten Natürlich Oh, hier ist die Gesten Come on Jo, komm Ne, es ist nie normal mann 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 ich will noch ein paar kisten nichts großes nur ein paar kisten da hinten sind auch da ist ein feind warm alter ja das wird für uns das erste mal reichen für die ersten paar schüsse ich verfehlen darf ist hier viel zu ruhig hinter mir halt schon pfeilschütze woher oder so jetzt hätte ich schon beendet halleluja oder müssen das ein bisschen ausdehlen ist mir doch ein bisschen mehr zu wichtig die aufgabe nehmt euch kein vorbild an und schuss keine einzig befreitete für mich also ich sammle den Hut auf ok weiter geht's ich hab ich lieb so was aber man bekommt keine pfeile scheinbar aus dem Haus es hat richtig blöd ich brauche doch nur ein bisschen fuß da oben warm da hinten ach solch dumm spieler manchmal sick wie gesagt nehmt euch kein beispiel an mir ich bin nicht so nur so viel zu keine ahnung was ich sage ist doch irgendwo da hinten war einer war nicht hier ach leee gut und tschüss ach komm schon diese leute die so kach vergiss die schmissige tonne einfach so angeräumt kommen und ich wollte nur wenig gehirn besitzen und da komme ich und mach so und da kommen sie wieder und machen irgend sowas aber ich mach äh gut punkte ja ah ok das war auch klar fertig ich nehme ein bisschen Verzeigerung aber das äh erlaufe ich mal ja ja leckon nein als ob jetzt noch ein kilo und die gewinnen das ist ja echt ein kopf am kopf rein naja leute ich hoffe natürlich trotzdem euch hat das video gefallen vielleicht abonniert, kommentiert, wir sehen uns dann damit morgen also ich muss schnell fertig mein hin und her tschüss bis zum nächsten EPA bis zum nächsten ab